Hallo. Mein Name ist Zündi von Schlafdesign. Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen. Produkte von Schlafdesign stehen für klares, einzigartiges Design, das modern und zeitlos zugleich ist. Neben der Ästhetik wird bei Schlafdesign immer großen Wert auf Funktionalität und Nachhaltigkeit gelegt. Deshalb werden ausschließlich langlebige und wiederverwertbare Materialien verwendet. Dies ist auch der Grund wieso wir Auping Produkte verkaufen. Auping weiß um die zunehmende Knappheit von Energie, Mineralien und Rohstoffen und die Folgen für unser Ökosystem. Wir pflegen bewusst nachhaltige Beziehungen zu unserer Umgebung, der Umwelt und den Menschen. Es ist unser erklärtes Ziel, alle Betriebsprozesse, Produkte und Dienstleistungen nachhaltig zu gestalten, wobei unsere Strategie auf drei Grundpfeilern steht. Wiederverwertung, Energieeinsparungen und Modernisierung. Der Mensch steht im Fokus. Wir wissen, dass vor allem Hotels stets um das Wohl ihrer Gäste bemüht sind und alles daran setzen, den bestmöglichen Komfort in einer sauberen Umgebung zu bieten. Doch oft werden dabei Betten unwissentlich vernachlässigt. Als spezialisiertes Unternehmen mit fachkundiger Beratung auf ihre Bedürfnisse angepasst begleiten wir sie dabei die richtige Entscheidung zu treffen. In Zeiten von Bewertungsportalen wie beispielsweise Booking.com, Trivago oder e-bookers.com im Internet, steht der Schlafbereich und die Hygiene von Hotelzimmern oft im Mittelpunkt von Erfahrungsberichten. Nicht selten entscheiden sich Hotelgäste gegen bestimmte Destinationen, weil es mit der Bettenqualität und der Hygiene hapert. Schlafqualität und Matraxenhygiene haben einen hohen Stellenwert bei ihren Gästen. Jeder Hotelgast erwartet ein 100% Hygiene, besonders dort wo er schläft, mit unseren Betten kann nun jeder Hotelier diesen Wünschen gerecht werden. Testen Sie uns und unser einmaligen Service kostenlos und unverbindlich. Alles was ich benötige ist eine halbe Stunde Ihrer Zeit. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich unter Telefon 079 619 95 78.